Intensiv Soll ich mir die Stimme des Pooles Los Komm, war das jetzt noch... ... runter? Jetzt bin ich wieder da... da war ich, wo ich da war Huh? What the fuck? Verpiss dich du Heimsohn! Hey, was ist das? Wow, ein Automat! Yay! Hehehe Oh, nicht das Ding! Nice! Du spielst 100% durchhaben willst fast. Achievement Summon oder so. Aua! Warte, bist du gerade über mich drüber gestolpert? Was ist denn mit dir los? Nee, jetzt gibt's Beef. Was willst du denn? Willst du Stress? Komm, stolper doch nochmal über mich, wenn du... Verblieben, du Horsch! Schlag dich mal! Ich hab gewonnen. Böse Gami macht fiese Sachen. Oh mein Gott, war ich in der Gegend überhaupt schon? Ich fahr da ja die ganze Zeit schon. Oh mein Gott! Ich bin aber auch so ein richtiger Dosenöffner. Dankeschön. Oh mein Gott, den Anzug fühl ich. Würde ich am liebsten auch haben. Na du alte Blechdose, warst knapp. Wie ist der Signal da unten? Hallo? Bist noch da? Muss wohl ein Bruder von Mitarbeiter sein. Warum habe ich sie gehen lassen? Jetzt bin ich ganz allein. Oh nein, Momo. Lass es Momo mal was schönes. Eine Tüte. Nein! Ah! Die haben das wirklich so eingeführt. Ah! Das ist ja so cool! Oh mein Gott, alles ist anders. Ich kann nicht gehen. Oh mein Gott! Es fehlt nur noch die Gurke, damit ich mich erschrecke oder so. Oh mein Gott. Ah, warte, da waren wir ja schon drin. Haben wir dort das Buch gefunden? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oh mein Gott, die waren in der Kiste. Oh mein Gott, die waren in der Kiste. Hallo! Der Sindeempfänger kann repariert werden. Komm mit mir. Alright. Warte, wohin? Warte, wohin? Have a beautiful time! Nein! Da ganz oben. Da muss ich mal kurz Stress ablassen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein. Ich glaube das ist so mutig. Nein, das ist so gut. Nein, ist so schön. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. 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 Jetzt hab ich's. Ha, ha, ha. Hört euch nicht mit Gami an. Gami-Katze. So, ab mit da rüber mit dir. Muss ich? Oh Gott, oh Gott, die wollen mich. Ich will sie aber nicht. Ich hätte auch Bock gehabt, was zu essen. Oh. Nee. Uh. Ich habe kurz nicht aufgepasst und die wollen mich schon verlaschen. Ah. Fitness. No. What are you doing? That's my dick. No. No. I haven't had a dick ever since. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab Chili-Cheese und Frühlingsrollen nur in den Frühschrank und ne Billig-Pizza für 50 Cent. Ballermir gleich ne Paradies-Creme. Paradies-Creme? Was ist ne Paradies-Creme? Das hier. Irgendwann später. Und heute ist einfach noch schon ein Toast wegen, dass du nicht fett wirst und so. Aber wenn du von dort kommst, muss das bedeuten, dass das dort... Was, Bruder? Ab zu Momo! Bis zum nächsten Mal.